Du kennst vielleicht Zapier.com und hörst jetzt viel von Make.com. Beide Plattformen sind sehr mächtige Tools für Automation in deinem Unternehmen. Da kannst du ganz kleine Dinge automatisieren, zum Beispiel wenn jemand dir per E-Mail die Rechnungsadresse mitteilt, dann wird das automatisch in dein Rechnungsstellungssystem übernommen und so weiter und so fort. Millionen von Kombinationen von Automatismen kannst du sehr einfach einrichten. Zapier, altbekannt vielleicht, und Make.com, ein neuer Player auf dem Markt. Was sind die Vorteile, Nachteile? Darauf gehe ich in diesem Video ein. Zuerst mal die Preise. Beide Systeme bieten einen kostenlosen Plan an. Du kannst also beide kostenlos testen. Solltest du vielleicht auch. Links unter diesem Video. Zapier bietet im kostenlosen Plan etwa 100 Operationen, also 100 Ausführungen pro Monat und Make 1000. Also da schon ein merkbarer Unterschied. Make.com wird tendenziell günstiger sein. Vielleicht ein bisschen, weil sie weniger bekannt sind. I don't know. Ihr günstigster Plan fängt dann bei ungefähr 10 Dollar pro Monat. Bei Zapier sind das 20 Dollar pro Monat. Du erhältst tendenziell mehr Operationen pro Monat bei Make als bei Zapier. Bei Make sind es im kleinsten bezahlten Plan 10'000 Operationen. Und bei Zapier sind es im kleinsten Plan, der aber doppelt so teuer ist wie bei Make, nur 750 Zaps oder 750 Tasks. Wie ist die Bedienung von Zapier und Make? Zapier ist vielleicht für den Anfang etwas einfacher. Zapier ist sehr linear. Wenn das passiert, dann tue das, dann tue das. Und das ist relativ einfach verständlich. Bei Make hast du mehr Möglichkeiten, dann auch Verzweigungen einzubauen, was dir am Schluss viel mehr Möglichkeiten mitbringt. Du kannst wirklich mehr Logik einbauen in deine Automationen. Das heisst, gewisse Dinge sind dann nur mit Make möglich. Die beiden Plattformen nennen sich eigentlich der Leim zwischen verschiedenen Diensten online. Du kannst deine Gmail-E-Mails mit Google Sheets, mit Bexio, mit Airtable, mit Notion, mit Slack, mit Facebook, mit LinkedIn, alles miteinander verbinden, ChatGPT einbinden, um AI-Funktionen zu automatisieren. Das bringt deine Effektivität mit AI auf ein ganz neues Level. Allerdings sind noch nicht alle Plattformen in beide Systeme integriert. Das heisst, Make ist ein bisschen frischer, neuer auf dem Markt. Heisst früher Integromat und hat vielleicht ein bisschen weniger Integrationen als Zapier. Das ist ein Vorteil von Zapier. Aber mit der sogenannten Webhook-Technologie kannst du trotzdem noch andere Dienste, die vielleicht nicht direkt integriert sind, auch mit einbinden. Bis jetzt habe ich jetzt nie den Fall gehabt, wo ich auf Zapier ausweichen musste, weil etwas in Make nicht ging. Wenn du ein bisschen mehr in die Tiefe gehst und Code ausführen willst auf den Plattformen, dann geht das direkt in Zapier. Da kannst du Python-Code direkt einbinden in Zaps. Aber in Make musst du zusätzliche Module, zum Beispiel verwende ich Zero-Code-Kit. Dazu brauchst du ein Account bei Zero-Code-Kit, was aber auch günstig ist, beziehungsweise ein kostenloser Account existiert, um Python-Code auszuführen. Für mich ist der Fazit, Make.com macht für mich mehr Spass. Ich habe ein Pro-Account sowohl bei Zapier wie auch bei Make und verwende viel lieber Make, das günstiger ist. Da zahle ich vielleicht 9 Dollar pro Monat. Bei Zapier 20 pro Monat. Aber es zieht mich mehr hin zu Make. Es macht mehr Spass. Es ist intuitiver, sobald man ein bisschen drin ist. Und ja, beide Plattformen haben vielleicht ein bisschen die Stärken und Schwächen. Für mich überwiegen die Stärken von Make sehr. Das heisst, ich empfehle ganz klar aus diesen beiden Produkten Make.com. Unter diesem Video sind Links zu beiden Produkten. Wenn du über meine Links dich anmeldest, dann hilfst du diesem Kanal und diesen solchen Videos. Danke dafür. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir solche Videos gefallen. Und ich habe auch ein Starter, also ein Anfängertutorial für Make, das jetzt irgendwo eingeblendet wird. Da kannst du die ersten Schritte lernen mit Make. Und du wirst begeistert sein, was du damit, und gerade in Kombination mit KI, mit solchen Möglichkeiten, dann Dinge herstellen kannst mit wenigen Klicks, die vor ein paar Jahren so nicht möglich gewesen wären.